Die hierzu erwerbende Zwei-Zimmer-Erdgeschoss-Wohnung befindet sich im Kreis Neuwied. Das Objekt wurde 1979 erbaut und wird über eine Gas-Zentral-Heizung beheizt. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer sowie einen Keller. Bei einer Wohnfläche von ca. 59 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Erdgeschoss-Wohnung auf 59.000 Euro. Wüstenrot Immobilien GmbH steht Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017